Um die Einstellung zu ändern, wie weit der Roboter über ein Kabel fährt, drücken wir auf Menü, gehen mit den Pfeiltasten um bis auf Einstellungen, mit OK bestätigen, mit den Pfeiltasten nachher bis auf Installation, nachher nehmen wir die Einstellung über Fahrstrecke BK, 32 cm ist die Standardeinstellungen, mit den Pfeiltasten auch können wir den Abstand erhöhen, mit den Pfeiltasten auch können wir den Abstand reduzieren. OK, kann auch die Einstellung bestätigt werden und mit den Pfeiltasten Menü kommen wir wieder zurück zur Startseite.